Hallo, mein Name ist Uwe. Ich wollte schon lange mit Rauchen aufhören, habe es aber nie so ganz allein geschafft und bin dann durch einen Kollegen, der es gemacht hat, zur Frauarzt gekommen. Ich bin jetzt über vier Monate rauchfrei und meine ganzen Kollegen, alle die noch geraucht haben, waren hier und unser Büro ist jetzt nicht mehr stinkig. Also alle haben es geschafft, keiner raucht mehr und es fällt auch keinen besonders schwer.